Oh, meins. Ah, fuck. Wie ich das eingestellt habe. Immer noch meins. Hä? Und es laggt natürlich wieder. Wie schön. Immer wenn das Komponium rummöckelt, das ist ein Lack. What the fuck, ey? Dass ich es geschafft habe, den Panzer gerade abzuschießen, ist ein Wunder. Das Spiel sollte man echte Lag-Feel-Dum benennen. Das Spiel sollte man sich nicht sagen, wenn ich gerade freigeschaltet habe. Machen wir hier mal so ein cooles Manöver. Weee. Durchbrechen dabei die Schallmauer, was ich gar nicht will. Aufziehen. Oh, war das knapp. Die beste Methode ist immer noch Sturzflug. Nicht, wenn es so laggt wie jetzt. Egal, ich mache es trotzdem. Leider die Raketen nicht drin, aber ich bin mir das eher bei einem Versuch an. Einer, Eroberung. Die Raketenbatterien sind ein Dings geil. Wasch. Allerdings finde ich den Waschmotor sind in dem Spiel allgemein kacke. In dem Beimerk fliege ich mit der Tastatur. Weil es irgendwie besser geht als nur mit der Maus. Sogar besser als mit meinem Joystick. Scheiße. Woran liegt es eigentlich, dass ich schon wieder ein Verlierer-Team bin? Wasch. Ich habe 50 Punkte für nichts bekommen. War das Vakili? Ja, das war ein Heli. Ein Feinjet schießt gerade auf mich. Okay, das war nichts. Das war auch nichts. Alter, wie das laggt! Das ist ja asozial. Wie kriegt man die Scheiß-Konsole weg, wenn die erstmal offen ist? Ich dachte... Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie die Tastenbelegung ändere, dass ich nicht aus Versehen dauernd die Konsole öffne. Und das war ein Jet. Das war ein Jet. Ich muss mal irgendwo in Sicherheit kommen. Ah, man. Zu spät abgesprungen. Mal sehen, was der Feuerlöscher eigentlich macht. Den haben wir noch anstatt den Flares. Bäh. Löscher. Das ist gut. Ich lasse das mal drin. Spawn ich in der Base. Meins. Nachher spiel ich schon wieder Eroberung. Schon wieder Carg Island. Weil alle anderen Server, die ich kennenzulernen sind. Die nicht Carg Island haben. Weil Wasch in dem Spiel, ich sag einfach nur Scheiß jetzt. Oder es liegt daran, dass ich einfach immer einen Verlierer trinke. Das kann auch sein. Jedenfalls finde ich Wasch in Battlefield 3 kann. Da der Server so blöken flanken, fand ich mich mal gescheit in einem Panzer ziehe. Ich habe dich aufgeregt. Sieh! Und ich fand da eine Rakete gerade. Ja, muss ich jetzt hochfahren, beziehungsweise ich, aah! Fahr, du Scheißteil! Ich hab mich ja eigentlich gerade so extrem angedampft, aber ist dieser Scheiß-Hedekopter oder was? Ah, ich werd kompariert. Was zum Teufel! Junge, reparier bitte! Danke! So! Karriere, reparier! Okay, so kloppt, da wird keiner mehr. Naja, ein Stück zurück, ein Stück runter noch, ein Stück runter! Der Gold ist weg! Alter! Ja, jetzt langsam nervt's! Wir reparieren! Reparieren! Ich fahr jetzt weg, ist mir zu blöd! What the fuck? Junge, steig aus und repariere. Oh Mann. Ich will vielleicht endlich mal wegkommen. Weil ich permanent aus Richtung meiner Team-Mates beschossen werde. Was mich leicht ankotzt. Kann man hier nicht langfahren. Im Ernst. 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 Ja, denn er hat immer alles rumwackelt. So kann wirklich jeder zielen. Die müssen Das ist echt noch ein Patch Und war mal klar, dass alles am Anfang so entleckt Wow Ja, Sniper, Sniper, us, Sniper in the air Ja, Sniper in the air Die Rechte Die Rechte Die Rechte Die Rechte Wir werden den Ejärtan Die Rechte Die Rechte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020